hallo ihr lieben ich habe mich jetzt doch spontan entschieden ein video zu machen wollte ja eigentlich ausfallen lassen wegen dem verlängerten wochenende und weil meistens dann die meisten gar nicht wirklich videos schauen sondern eben halt mit ihrer family verlängertes wochenende irgendwo verbringen und dadurch gar keine zeit haben um ein video zu schauen ich habe es jetzt aber gemacht weil ich weiß dass jemand auf das video wartet und dementsprechend habe ich mir gedacht was soll ich mache es jetzt trotzdem ich habe jetzt ein untersetzer genommen ich finde ihn selber nicht so schön deswegen habe war jetzt für testzwecke super geeignet und ich habe ein aufkleber drauf gemacht den habe ich mit picke joy ausgestanzt und es ist jetzt nicht der schönste ich habe mir jetzt irgendwie auch nicht mittig hinbekommen warum auch immer ich würde gar nicht wissen was bei mir da gerade ablief aber das ist halt so das was für mich jetzt dann eben als testkandidat wirklich gut funktioniert hat und ich habe mir den riesen topf latex gegönnt weil ich hatte gesehen auch bei anderen mal dass mit latex man das ganz gut abdecken kann gerade wenn man noch mal eine zweite schicht drauf machen möchte es ist nicht einfach also gerade so wenn man dann irgendwie das ganze eben nicht in der silikonform machen kann weil eben die unterseite viel viel schöner ist man will ja mal gucken wo macht man jetzt den aufkleber gerne hin und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal ausprobiert das ganze mit dem latex zu machen ich habe so ein bisschen für mich hingestruggelt es wird auch noch ein zweites video geben aber soweit bin ich noch nicht habe auch noch nicht angefangen das ganze zu drehen weil es glaube ich auch noch mal ein bisschen anders geht muss ich aber noch mal schauen wie es am besten mache und genau hier mache ich jetzt erstmal dass ich das ganze latex man kann es auch nur auf die ränder so es soll ja als schutz das latex dienen damit wenn man das epoxid hat auf der anderen seite gießt dass man dann halt wenn es runter läuft eben halt nicht sich den kompletten untersetzer dazu versaut dadurch eben ich habe es jetzt durchgängig gemacht man muss es aber nicht machen soweit ich weiß ich habe es jetzt für mich aus sicherheitsgründen einfach mal komplett gemacht habe muss fairerweise sagen das habe ich jetzt aber nicht dazu gefilmt gehabt als das ganze getrocknet ist habe ich auch noch mal ein bisschen was nachgelegt gerade an den rändern die ja gerade da wichtig sind ich habe es ich will jetzt nicht lügen ich glaube drei stunden sollte man es mindestens ich habe es letztendlich erst am nächsten tag gemacht also dementsprechend war es für mich auf nummer sicher das ganze dann trocknen zu lassen so sieht es dann getrocknet aus wie gesagt ich habe dann so ein bisschen überall war halt ein bisschen mehr dann drauf und habe dann gegossen und auch da ist es halt wie immer ein bisschen passiert dass das ganze nicht ganz so schön funktioniert hat ich musste immer wieder mal so kleine kleckse noch mal nach anrühren und habe dann noch mal nach gegossen weil das irgendwie sich immer verschiebt was ja das problem letztendlich ist wenn man gießt und dann läuft das zwar an der seite runter aber in der mitte bleibt manchmal nichts übrig und dann ist dort ein loch dieses loch ist jetzt kann ich schon vorweg nehmen es hat gut funktioniert und aber ich musste halt wirklich dabei sein bzw habe dann eben nach zwei stunden also noch mal ein kleines bisschen nachgegossen damit dann der rand bzw es blieb in der mitte einfach so eine gewisse lücke drin ich habe zum teil nicht mit gefilmt das tut mir leid aber das so als hinweis ich habe es wirklich dann also ich habe jetzt gegossen und wie gesagt so zwei drei stunden später habe ich dann noch mal was nachgegossen weil es eben dann diese lücke noch mal gab aber ich war ja sicher dass ich halt dementsprechend das ganze auch gut geschützt habe und dann habe ich nach circa 10 12 stunden das ist jetzt aber mit meinem epoxid hat was ich genommen habe resin vor dekor und hab dann das ganze mit dem latex abgemacht das heißt da ist es noch weich genug um bestimmte sachen noch mal falls doch irgendwie was nicht richtig ist einfach abzuschneiden und das latex hat das ganz gut gut geschützt finde ich ich habe jetzt wie gesagt noch eine zweite idee wie man es eventuell diese löcher bei der zweiten schicht verhindern kann das mache ich aber noch mal mit einem zusätzlichen wie das jetzt also mein erster versuch ich habe mich da wirklich ganz dolle bemüht ein bisschen gekämpft habe ich natürlich auch aber das war für mich jetzt vollkommen in ordnung und konnte da jetzt einfach so ein bisschen mich noch mal ausprobieren und auch der fragestellerin da einfach versuche jetzt eine antwort zu geben wie ich es jetzt gemacht habe bin kein profi ist mein erstes mal dass ich damit das jetzt ausprobiert habe ich muss sagen dass ich das latex so ein bisschen jetzt mal unabhängig davon dass ich den geruch sehr merkwürdig fand aber gut ich habe dann einfach meine maske aufgesetzt und dann war wieder in ordnung und konnte das halt wirklich gut verteilen es war leicht von der verarbeitung her und das ging gut und da also dann ausprobieren und wie gesagt ich habe es halt erst am nächsten tag dann wirklich gemacht weil es mir irgendwann das passte zeitlich dann nicht mehr dass ich es gleich mache und dementsprechend heißt lieber länger trocknen lassen und dann war das auch ok hier habe ich jetzt dann so ein bisschen das epoxid hat so ein bisschen verteilt ganz vorsichtig mit dem stäbchen und wie gesagt es blieb dann eine kleine lücke irgendwann nach zwei stunden und die habe ich dann noch mal mit ein bisschen epoxid hat aufgefüllt ich hoffe dass ich das mit dieser lücke dann noch mal besser hinbekomme und weil theoretisch war genug epoxid hat es da aber ich glaube es liegt an etwas anderem ich werde es also noch mal mit einer anderen technik ausprobieren und also mit beiden zusammen ich habe ja genug testuntersetzer ich habe einfach untersetzer die mir nicht ganz so gut gefallen die ich jetzt aber auch noch nicht weggeschmissen habe weil sie irgendwie auch zu schade zum wegschmeißen sind und gerade für so eine sachen zum austesten finde ich machen sich die wirklich ganz ganz super und was ich jetzt auch sehr sehr gut fahren durch das ganze es ist wirklich so eine schöne oft hat man ja an den rändern dass das dann so ein bisschen scharfkantig ist und das fällt jetzt hier wirklich weg es ist super funktioniert dass das so einen wunderschönen runden rand dann einfach hatte ich glaube jeder der irgendwie ungefähr mit epoxid hat schon mal ein bisschen gearbeitet hat der weiß was ich meine und ja dementsprechend ich habe es auch relativ lange jetzt auch trocknen lassen die reste logischerweise habe ich jetzt wieder in meine kleinen silikonformen wie gesagt ich möchte da gerne etwas ausprobieren habe also meine reste jetzt aktuell immer so ein bisschen gesammelt und habe sternchen muscheln herzen draus gemacht und habe da schon ganz viele und freue mich dann schon drauf wenn ich die dann ausprobieren darf und hoffe dass dann das was ich vorhabe halt auch ganz gut funktioniert ansonsten ja wie ich schon zu anfang gesagt hatte eigentlich wollte ich heute kein video hochladen aber ich dachte mir ich mache es trotzdem und normalerweise wird wirklich immer sonntags um 12 hochgeladen meine bastelvideos und um 16 uhr kommt dann ein musikvideo hochgeladen und je nachdem diesmal gab es ja zwischendrin noch mal ein video da war ich auf mittwoch war ich bei der open mic oder wie auch immer sich das ausspricht und ich dachte ich zeige es euch und ich fand es halt immer wieder spannend einfach was neues zu machen und habe dann also da ein zwei szenen halt auch mit gefilmt und auch die gewinnerin letztendlich und sie hat sich sehr gefreut und genau aber ansonsten kommt immer samstags 16 uhr ein musikvideo außer ich gehe zum beispiel freitags oder samstags weg und dann mache ich das erst dass ich das komplette video hochlade und das kann sich so ein bisschen nach hinten verschieben so hier habe ich jetzt ihr müsst so ein bisschen aufpassen es hatte noch leicht geklebt muss ich dazu sagen aber ich glaube ich habe es ganz gut gerettet und habe dann das latex abgemacht ganz vorsichtig handschuhe bitte nicht vergessen weil es ja immer noch nicht komplett durchgehärtet ist wenn ihr das latex abmacht weil nach zwölf stunden ist das noch nicht komplett fertig und da bitte also unbedingt aufpassen und nicht einfach so anfassen wie gesagt das macht eine chemische reaktion das epoxid hat und da müssen einfach alles mögliche geschützt werden was wichtig ist und aber ihr seht ansonsten funktioniert sehr sehr gut ich habe sehr gut sonst auch abbekommen und das sieht irgendwie aus wie eine silikonform letztendlich und habe dann also das ganze danach als ich es abgemacht habe noch mal durchtrocknen lassen wie gesagt hat jetzt ein bisschen länger gestanden das ganze das liegt aber einfach am zeitlichen faktor aktuell ich hatte teilweise entweder auch wirklich ehrlicherweise keine lust da gerade was zu machen oder halt eben weil ich einfach total beschäftigt war und gerade mit anderen sachen mich auseinandersetzen musste und wie gesagt das habe ich jetzt einfach dann noch mal trocknen lassen oder durchhärten und das ergebnis seht ihr jetzt und ich verabschiede mich schon mal ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was zeigen und helfen und ich probiere es noch mal weiter mit einer anderen möglichkeit und hoffe ihr seid dann wieder mit dabei und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Pfingstfeiertag und bis bald tschüss 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 tschüss